Der normalerweise umgängliche und charmante Hugh Jackman verblüffte heute während einer Pressekonferenz zu seinem neuesten Film Deadpool und Wolverine, als er einen heftigen Angriff auf den britischen Königssprinzen Harry entfesselte. Jackman hielt sich nicht zurück, indem er ihn einen Verrückten nannte und ihm sagte, er solle zu seiner Familie nach Großbritannien zurückkehren und um Vergebung bitten. Bevor wir fortfahren, abonnieren Sie bitte und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke für weitere Updates. Der unerwartete Ausbruch kam, nachdem Berichte aufgetaucht waren, dass Prinz Harry sich an Jackmans Team gewandt und um eine Rolle in dem mit Spannung erwarteten Superhelden-Crossover-Film gebeten hatte. Jackman, der seit über 20 Jahren die legendäre Wolverine-Figur spielt, hatte nichts davon. Für wen hält sich dieser Typ, der einfach hereinspaziert und eine Rolle in meinem Film verlangt? Jackman rauchte, sein sonst freundlicher Nachbar wurde durch spürbare Wut ersetzt. Er ist kein Schauspieler. Er ist ein Prinz und noch dazu ein Unruhestifter. Wenn er sich verkleiden will, kann er zurück zum Buckingham Palace gehen und eines seiner albernen Kostüme anziehen. Das ist ein Job für echte Profis, nicht für irgendjemanden. Ein abgewaschener König, der nach Aufmerksamkeit sucht. Die Menge der Reporter saß in fassungslosem Schweigen da, während Jackman seine Tirade fortsitzte, sichtlich frustriert über die bloße Andeutung von Prinz Harrys Beteiligung an dem Film. Ich habe mir jahrelang den Arsch aufgerissen, um der verdammt beste Wolverine zu werden, der ich sein kann, und ich werde verdammt sein, wenn irgendein Berechtigter, zu Skandalen neig an der Prinz hereinspaziert und versucht, mir die Aufmerksamkeit zu stellen, erklärte Jackman. Das ist mein Film, mein Charakter und mein Vermächtnis. Harry muss nach Großbritannien zurückkehren, seine Familie um Vergebung bitten und die Schauspielerei den Profis überlassen. Als Jackman nach weiteren Einzelheiten über die Kluft zwischen den beiden Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gefragt wurde, blieb er wortkack und erklärte lediglich, ich habe keine Zeit für Drama und Unsinn. Ich bin hier, um einen großartigen Film zu machen, und nicht, um einen überprivilegierten König zu babysitten. Wer denkt, er kann tun und lassen, was er will? Der Ausbruch löste Schockwellen in der Unterhaltungsbranche aus, und viele Fans und Brancheninsider äußerten sich zu dem unerwarteten Aufeinandertreffen der beiden Prominenten. Einige haben Jackman für sein unerschütterliches Engagement für sein Handwerk gelobt, während andere ihn für seine harte und unprofessionelle Reaktion kritisiert haben. Hugh Jackman ist normalerweise so ein klasse Typ, daher ist es wirklich überraschend zu sehen, wie er seine Coolness verliert. Sagte die Filmkritikerin Emily Chun. Ich verstehe, dass er seine Schlüsselrolle beschützt, aber Prinz Harry einen Verrückten zu nennen und ihm zu sagen, er soll nach Großbritannien zurückkehren, erscheint mir etwas übertrieben. In dieser Geschichte steckte definitiv mehr, als wir sehen. Andere haben sich jedoch hinter Jackman gestellt und argumentiert, dass er jedes Recht habe, seine Erbe und die Integrität des Wolverine-Charakters zu verteidigen, den er über die Jahre so sorgfältig gepflegt hat. Hugh Jackman hat sein Herz und seine Seele in die Rolle des Wolverine gesteckt, und ich kann verstehen, warum er nicht möchte, dass ein berühmter Eindringling versucht, sich da einzumuschen, sagte der langjährige Marvel-Film James Rodriguez. Prinz Harry mag ein König sein, aber das macht ihn nicht automatisch zu einem großartigen Schauspieler. Jackman hat recht. Wenn Harry ein Filmen mitspielen will, sollte er wahrscheinlich wie alle anderen ganz unten anfangen. Die Kontroverse hat auch eine breitere Diskussion über die verschwommenen Grenzen zwischen Prominenten, Königen und der Unterhaltungsindustrie entfacht, wobei viele sich fragen, ob Prinz Harrys Ruhm und Status ihm eine Sonderbehandlung oder Zugang gewähren sollten. Es gibt eine gewisse Erwartung, dass Prominente und Reuls tun und lassen können, was sie wollen, aber letztendlich ist die Filmindustrie eine Leistungsgesellschaft, sagte Sarah Goldstein, Anwältin für Unterhaltungsbranche. Jackman hat sich seinen Platz als Wolverine verdient, und wenn Prinz Harry schauspielern will, muss er sich wie jeder andere beweisen. Eine jahrzehntelange Reise zum Wolverine Um die Tiefe von Jackmans Reaktion zu verstehen, ist es wichtig, einen Blick auf seine lange und bewegte Geschichte mit der Wolverine-Figur zu werfen. Als der erste X-Men-Film im Jahr 2000 in die Kinos kam, war Jackman ein relativ unbekannter Mann, der aus der Dunkelheit geholt wurde, um die Rolle des schroffen Mutanten mit den Adamantium-Clowns zu übernehmen. Damals standen viele Fans der Wahl der Besetzung skeptisch gegenüber, da Jackmans schlagsiger Körperbau und sein jungenhaftes Aussehen nicht gerade Berserker-Wut verräten. Doch der australische Schauspieler überzeugte das Publikum schnell mit seiner rohen Intensität, seinem körperlichen Können und seiner Fähigkeit, Wolverines komplexe Mischung aus animalischer Wildheit und zugrunde liegender Menschlichkeit einzufangen. In den nächsten zwei Jahrzehnten sollte Jackman in insgesamt Non-Solo-Filmen zu X-Men und Wolverine mitspielen und damit seinen Status als eine der ikonischsten und beliebtesten Comic-Figuren aller Zeiten festigen. Er hat unzählige Stunden im Fitnessstudio verbracht, zermürbende Kampfchoreografien über sich ergehen lassen und bei seinem Streben nach Wolverine-Perfektion sogar einige schwere Verletzungen erlitten. Diese Rolle hat meine Karriere geprägt und ich habe mein ganzes Herzblut hineingesteckt, sagte Jackman in einem Interview im Jahr 2021. Wolverine ist für mich nicht nur eine Figur. Er ist ein Teil von mir. Wenn also jemand wie Prinz Harry vorbeikommt und denkt, er könne einfach hereinspazieren und das wegnehmen, ist das ein echter Tritt in die Magengrube. Laut produktionsnahen Quellen zeigte sich Prinz Harrys Interesse am Deadpool und Wolverine-Projekt erstmals Anfang des Jahres, kurz nach der Ankündigung des Films. Der 39-jährige Roll, der sich im Laufe der Jahre mit Nebenrollen in einigen TV-Shows und Filmen als Schauspieler versucht hat, wandte sich angeblich an Jackmans Team, um seinen Wunsch zum Ausdruck zu bringen, an dem mit Spannung erwarteten Superhelden-Crossover beteiligt zu sein. Prinz Harry hat sich schon immer als Schauspieler vorgestellt und er sah darin die perfekte Gelegenheit, einen Fuß in die Tür des Marvel Cinematic Universe zu bekommen, sagte ein Insider, der anonym bleiben wollte. Er glaubte, dass sein Ruhm und sein königlicher Status ihm einen automatischen Einstieg verschaffen würden, aber er hatte offensichtlich keine Erklärung für Hugh Jackmans leidenschaftliche Loyalität gegenüber der Wolverine-Figur. Während die Einzelheiten von Harrys geplante Beteiligung unklar bleiben, geht man davon aus, dass er sich entweder eine Nebenrolle im Film oder zumindest einen Cameo-Auftritt gewünscht hat. Jackman und die Produzenten des Films verwarfen die Idee jedoch schnell und teilten angeblich Harrys Team mit, dass die Rolle nicht verhandelbar sei. Hugh bestand darauf, dass Wolverine ihm und ihm allein gehörte, fügte der Insider hinzu. Er hat über 20 Jahre damit verbracht, diese Rolle zu perfektionieren, und er wollte nicht zulassen, dass ein berühmter Eindringling hereinkommt und versucht, ihm die Aufmerksamkeit zu stellen, egal wie berühmt oder gut vernetzt er auch sein mag. Der Vorlaut und die anhaltenden Spannungen Jackmans heftige öffentliche Zurechtweisung von Prinz Harry hat Schockwellen in der Unterhaltungsindustrie ausgelöst, und viele fragen sich, wie die beiden hochkarätigen Persönlichkeiten nach der Kontroverse weiterkommen werden. Einige haben spekuliert, dass der Vorfall sogar die Veröffentlichung und Promotion von Deadpool und Wolverine gefährden könnte, da das Studio möglicherweise davor zurückschreckt, die Feder weiter eskalieren zu lassen. Diese Art von öffentlichem Drama ist das Letzte, was eine große Filmproduktion braucht, sagte die Unterhaltungsjournalistin Lisa Benson. Das Studio muss befürchten, dass die Negativität rund um diesen Konflikt den eigentlichen Film und seine Marketingbemühungen überschatten könnte. Sie werden unter großem Druck stehen, einen Weg zu finden, die Dinge zu glätten oder zumindest unter Kontrolle zu halten. Andere glauben jedoch, dass Jackmans unerschütterliche Verteidigung seines Wolverine-Erbes nur dazu beitragen wird, seiner Popularität zu steigern und seinen Platz als einer der größten Comic-Filmschauspieler aller Zeiten zu festigen. Hugh Jackman ist dafür bekannt, ein absoluter Profi und eine echte Klasse zu sein. Ihn so zu sehen, zeigt einfach, wie viel ihm diese Rolle bedeutet, sagte der langjährige Marvel-Film James Rodriguez. Ich denke, viele Menschen werden sich hinter ihm stellen und sehen, dass er für die Integrität der Figur und das schauspielerische Können eintritt. Was Prinz Harry betrifft, so waren die Reaktionen auf Jackmans Kommentare gemischt. Einige kritisierten den König dafür, dass er angeblich versucht habe, seinen Ruhm und Status auszunutzen, um sich eine unverdiente Chance als Schauspieler zu sichern. Wenn Prinz Harry wirklich schauspielern will, muss er den gleichen strengen Trainings- und Vorsprechprozess durchlaufen wie alle anderen, sagte Unterhaltungsrechtsanwältin Sarah Goldstein. Nur weil er ein Roller ist, heißt das nicht, dass er eine Sonderbehandlung bekommen sollte. Jackman hat absolut recht, sein Revier und das Erbe, das er aufgebaut hat, zu verteidigen. Andere kamen jedoch zu Harrys Verteidigung und argumentierten, dass die Bitte des Königs lediglich ein Versuch war, einen neuen kreativen Weg zu erkunden, und dass Jackmans Reaktion übermäßig hart und unprofessionell war.